Hallo zusammen, ich wollte nur Bescheid sagen, der Stream ist jetzt online. Ich komme wahrscheinlich so gegen 15 Uhr dazu, vielleicht ein bisschen später, vielleicht ein bisschen früher mal schauen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch dabei wärt. Mir ist schon kalt gestellt und ich habe richtig Bock und auch vor allem richtig Zeit. Und ich habe alles vorbereitet. Ich glaube, es gibt keine technischen Schwierigkeiten, aber warten wir es mal ab. Also, bis gleich dann. Tschüss.